Die Sendung zieht sich diesmal ein roter Faden. Die Themen unserer beiden Beiträge haben jeweils mit Hilfe in Not, mit Rettung unserer lieben Tiere zu tun. Unsere Tierärztin gibt uns ebenso hilfreiche Tipps, wie ungebetene Gäste unserer Vierbeiner bekämpft werden können. Der Deutsche Jagdterrier ist dieses Mal der Hund, den wir in unserer gewohnten Rubrik über die Hunderassen vorstellen. Und nicht zuletzt sehen Sie auch wieder die Rubrik über all die Vierbeiner, die ein neues Zuhause suchen. Nun aber zu unserem Thema, das durch die heutige Sendung führt. Die Rettung. Ein Haustier, das entlaufen ist oder sich einfach verloren hat. Dramatische Stunden, verzweifelte Momente für all jene, die ihr Haustier in ihr Herz geschlossen haben und es nun so vermissen. Und Augenblicke der Angst, wohl auch für das Tier selbst. Wir haben Tierfreunde, die sich dieses Problems annehmen und mit ihrem Einsatz versuchen, Leid abzuwenden und zu helfen, näher kennengelernt. Und uns ihre wertvolle Arbeit angesehen. Hundetrainerin Franziska mit ihrem Shetland-Kolli Ilvi und Myriam mit Borda-Kolli Maya zeigen uns an einem Übungsbeispiel, wie Tiersuche funktioniert. Dem Suchhund wird ein Halsband oder eine Decke des vermissten Tieres vor die Nase gehalten. Hunde sind in der Lage, Gerüche im Detail wahrzunehmen und die Spuren des Geruchs nachzuverfolgen. Dass Hunde bei der Suche nach Menschen zum Einsatz kommen, das kennen wir alle. Die Suche nach vermissten entlaufenen Tieren ist wohl für viele doch etwas Neues. Wie hat das denn alles angefangen? Also ich wollte mit Ilvi eine Ausbildung als Suchhund machen beim Zivilschutz in Pranzol. Dort wollten sie sie nicht, weil sie leider nicht gepellt hat. Obwohl Ilvi eine große Kläfferin ist. Dann sind wir nach Ungarn, einen Hundekurs zu machen. Dort habe ich eine Frau kennengelernt und sie war Direktorin des Roten Kreuzes der Hundestaffel in Bamberg. Ich habe mit Ilvi und dieser Frau sechs Wochen lang in Ungarn trainiert und sie hat gemerkt, dass Ilvi ein guter Suchhund wäre. Es folgte eine Ausbildung zum Suchhund in Deutschland und dann war Ilvi in Südtirol auch gleich schon bei den ersten Suchaktionen unterwegs. In Latsch bei Myriam, einer erklärten Tierschützerin, Hunde- und Katzenfreundin, war Franziska mit Suchhund Ilvi vor einiger Zeit erfolgreich im Einsatz. Ich habe meine Mutter von Süditalien auch, und ich habe von der Katzenbox gehört, dass sie vermisste Tiere suchen. Und ich habe sie kontaktiert und sie ist noch auch gekommen und sie haben ihn gleich gefunden und ich war total happy. Die Suchveteranin Ilvi ist mittlerweile in die Jahre gekommen. Anlass für Franziska, an die Zukunft ihrer so wertvollen Arbeit zu denken. Ilvi wird zehn Jahre alt, also in Folge dessen weiß ich nicht, wie lange sie noch suchen kann. Deshalb habe ich mir gedacht, ich bilde eine Gruppe, sodass die Suche weitergehen kann. Und ich bilde dabei die Hunde aus. Also momentan sind wir zu siebten. Wir haben vier Hunde, die schon fast super sind. Also sie sind immer noch am Anfang, aber sie haben schon gesucht und auch schon gefunden. Wir brauchen immer noch mehr Leute, also wir sind zu wenig, weil Nachfragen sind sehr hoch. Es würde sicher gut gehen, wenn wir noch ein paar Leute finden, die freiwillig mit uns mitarbeiten möchten. Miriam ist jene, die mithilft, die mitsucht. Denn sie hat erfahren, wie schön es ist, seinen entlaufenden Liebling wieder bei sich zu haben. Ich habe das für eine super Sache gefunden, dass es das auch gibt, nicht nur vermisste Menschen, sondern auch Tiere gefunden werden. Und dadurch, dass ich selber Hunde habe, habe ich mich dann gefragt, dass die Franziska eine Gruppe sucht und habe mich gleich angemeldet. Franziska und ihre Suche nach vermissten Tieren wird sich hoffentlich auf ganz Südtirol ausdehnen. Interesse und Zuspruch finden, damit Tierbesitzer auf die Frage, Hund oder Katze vermisst, was nun, künftig eine Antwort finden. Denn? Wenn Leute ein Tier verlieren, das ist wie ein Familienmitglied verlieren. Und deshalb bin ich mir sicher, dass wenn sie ihr Tier wieder in die Arme schließen können, dass sie sehr zufrieden sind und wir auch natürlich. Bei Bedarf wenden sie sich an Franziska, die mit ihrer Gruppe Adessor Bayoio immer gerne hilft. Wechseln wir nun das Thema. Sich mit unseren Haustieren im Freien aufzuhalten, kann zur Gefahr werden und zu einem überaus lästigen Problem führen. Gehen wir nun in die Praxis unserer Tierärztin und lassen uns beraten, wie wir da Abhilfe schaffen können. Heute sprechen wir über ungeladene Gäste. Wer sind die? Ungeladene Gäste sind meist Zecken, Flöhe, Läuse und Mücken, die unseren vierbeinigen Freund während eines Spazierganges im Wald, im Urlaub, am Meer und oder auch in der Stadt befallen können. Wo und wie kann das passieren? Die Körperteile, die die Zecken bevorzugen, sind Pfoten, Ohren und Hals. Flöhe und Läuse hingegen befallen den ganzen Körper und Mücken stechen hauptsächlich in der Kopfregion und an Stellen, wo weniger Fellbestand vorhanden ist. Der Zeckenstich juckt den Hund oder die Katze an der Einstichstelle. Sie versuchen meist, den Parasiten mit den Zähnen zu entfernen. Die anderen ungeladenen Gäste lösen hingegen einen Juckreiz am ganzen Körper aus. Welche Lösung gibt es? Den Hund oder die freilaufende Katze sollte nach jedem Spaziergang immer genau kontrolliert und wenn nötig gleich behandelt werden. Wie? Zecken kann man mit spezifischen Pinzetten entfernen, damit der Kopf nicht unter der Haut stecken bleibt. Zur Bekämpfung von Flöhen und Läusen benötigt man geeignete Antiparasitenmittel. Hundedecken oder Teppiche sollten bei mindestens 60 Grad gewaschen und das ganze Haus sauber geputzt werden, damit sich die Tiere nicht erneut infizieren. Welche Produkte helfen? Es gibt verschiedene Formen von Antiparasitenmittel. Da gibt es die flüssigen, die mit Hilfe von Pipetten auf die Haut zwischen den Schultern und auf dem Rücken aufgetragen werden. Es gibt Halsbänder, Shampoos und Sprays, die lokal verwendet werden. Und es gibt Tabletten, die den Vorteil haben, die blutsaugenden Parasiten zu vernichten. Sie schützen das Haustier aber nicht vor den Krankheitserregern, die die Parasiten übertragen können. Ist die Prophylaxe immer notwendig? Absolut ja, hauptsächlich von April bis Oktober. Alle diese Produkte kann man ohne Rezept kaufen, außer die Tabletten, für die eine Verschreibung vom Tierarzt notwendig ist. Und der Tierarzt sollte auch der Ansprechpartner sein. Er kann die geeignete Prophylaxe vorschlagen und etwaige Risiken einer eventuellen von Parasiten übertragenen Krankheit für das Haustier am besten einschätzen. Das sind wirklich nützliche und hilfreiche Tipps. Ein herzliches Dankeschön unserer Tierärztin Ingrid Misfatto. Und nun wieder zum Hauptthema unserer Sendung. Es geht in unserem nächsten Beitrag um Rettung im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Dienst, der in manchen Fällen lebenswichtig sein kann. Aber auf alle Fälle ist er ein Zeichen von Respekt gegenüber den Tieren. Der Schauplatz unseres Beitrages ist der Sitz des Roten Kreuzes in Bozen. Ein Rettungswagen, wie wir ihn alle kennen. Auf dem ersten Blick nur. Schauen wir genauer hin. Es sind nicht Menschen, sondern Tiere, die damit transportiert werden. Vor einem Jahr hat eine Gruppe engagierter Helfer die Tierrettung Südtirol ins Leben gerufen. Ich bin der Landesreferent der Hundestaffel, der Rettungshundestaffel. Und da haben wir uns damals gedacht, für die Rettungshundestaffel braucht es auch eine Rettung. Weil sich oft die Rettungshunde auch verletzen. Dann haben wir uns aber gedacht, wieso eigentlich nicht für die anderen Tiere auch das anzubieten. Und so ist das eigentlich entstanden. Von Freitag 20 Uhr bis Sonntag 20 Uhr und an Feiertagen ist die Tierambulanz im Einsatz und unter einer eigenen Notrufnummer erreichbar. Aber sehen wir nun. Die Tierambulanz ist in die Cabri-Strasse in Bozen gerufen worden. Es sind freiwillige Helfer des Roten Kreuzes, die den Dienst der Tierrettung abdecken. Mit an Bord des Rettungswagens ist natürlich auch immer ein Tierarzt. Zunächst ein erster genauer Check durch den Tierarzt vor Ort. Gerade am Wochenende oder an Feiertagen, wenn der eigene Tierarzt des Vertrauens die Praxis geschlossen hat, sind Tierhalter oft besorgt, verzweifelt, verunsichert, wenn ihr Liebling erkrankt oder gar verunglückt. Es scheint sich um eine Vergiftung zu handeln. Der Patient muss zur genaueren Untersuchung in eine Tierarztpraxis gebracht werden. Im Falle einer Lebensbedrohung für das Tier wird natürlich die nächstgelegene offene Struktur angefahren. Wenn es nicht lebensbedrohlich ist, dann kann der Kunde entscheiden, wo er das Tier hinbringen möchte. In Bozen ist die Tierklinik Cittadi Bolzano Stadt Bozen sieben Tage die Woche geöffnet. Die Tierärzte dort sind freiwillig Rettungskräfte des Roten Kreuzes Bozen. Die Klinik wurde in dieses Projekt des Roten Kreuzes mit einbezogen, da wir bereits mit der Rettungshundestaffel des Roten Kreuzes zusammengearbeitet hatten. Als das Projekt gestartet wurde, haben wir das mit Begeisterung aufgenommen. Natürlich ist es zunächst notwendig, den Ausbildungskurs für freiwillige Helfer des Roten Kreuzes zu besuchen. Und dann kann eigentlich jeder Tierarzt bei diesem Projekt mitmachen. Freiwillige Rettungskräfte, die nicht Mediziner sind, müssen, um bei der Tierrettung mitarbeiten zu dürfen, außerdem einen 35-stündigen Spezialisierungskurs absolvieren. Die Tierambulanz ist im Raum Bozen und Umgebung unterwegs. Die Kosten für einen Rettungseinsatz betragen 20 Euro innerhalb des Gemeindegebietes von Bozen und 30 Euro bei einem Einsatz außerhalb Bozens. Es ist eine freiwillige Arbeit, die wir hier leisten für den Rettungsdienst des Roten Kreuzes. Wird das Tier im Laufe des Rettungseinsatzes jedoch in unsere Klinik gebracht, muss der Besitzer die erbrachten Leistungen natürlich bezahlen, wie er das auch tun müsste, wenn er nicht den Rettungsdienst des Roten Kreuzes in Anspruch genommen hätte. Der eigene Rettungswagen der Tierrettung ist den Tierpatienten angepasst und im Innern auch dementsprechend ausgestattet. Die Tierrettung des Roten Kreuzes Bozen ist gerade mal ein Jahr alt und hat schon sehr regen Zuspruch. 170 Notrufe sind bereits eingegangen. Nicht immer mussten Ambulanz und Helfer ausrücken. Oft genügte es auch, Informationen zu geben oder auf einen diensthabenden Tierrat zu verweisen. Dass die Tierambulanz eine wertvolle Hilfe für alle Tiere in Not ist, davon ist der Koordinator des Dienstes überzeugt und denkt schon wieder ein Stück voraus. Im Blick auf die Zukunft, ich möchte eigentlich gerne, dass das irgendwie ausgearbeitet und auf ganz Südtirol verbreitet werden könnte. Und natürlich, dass wir für die Bevölkerung eine große Unterstützung bekommen. Es heißt, er sei ein Hund mit einem schwierigen Charakter. Jedoch die kleine Hündin, die wir kennengelernt haben, ist freundlich und außerordentlich sympathisch. Der deutsche Jagdterrier ist eine Rasse deutschen Ursprungs, die in Italien nicht sehr verbreitet ist. Einst als Jagdhund gezüchtet, kommt der deutsche Jagdterrier mittlerweile auch anderweitig zum Einsatz. Er ist ein Hund kleinerer bis mittlerer Größe, 30 bis 40 cm hoch und wiegt zwischen 7 und 10 kg. Das Haarkleid kann sowohl glatt wie auch rau sein. Jedoch ist es immer dicht in den Farben schwarz und braun. Mit seinem furchtlosen Wesen stellt er sich unerschrocken allen Gefahren. Aufgrund seines dominanten Charakters ist Aufmerksamkeit im Kontakt mit anderen Hunden und wenn Kinder in der Nähe sind, angesagt. Wegen seines Misstrauens gegenüber Fremden und seines Bellens erweist sich der Jagdterrier als sehr guter Wachhund. Dieser kleine Krieger, der im Kern immer ein Jagdhund bleibt, hat einen großen Drang nach Bewegung, kann sich aber auch an das Leben in einer Wohnung gewöhnen. Wegen seiner ausgeprägten Neigung zur Unabhängigkeit und seines kämpferischen Charakters braucht der deutsche Jagdterrier unbedingt eine starke und entschlossene Führung. Von Tramin, wo Cora lebt, geht's wieder ins Finchgau, nach Naturns ins Tierheim. Hier warten viele schöne Tiere auf Menschen, die ihnen Liebe und Zuneigung schenken und ihnen ein neues Zuhause bieten. Ich, Luna und Pepe sagen Danke, dass sie mit dabei waren in unserer Welt der Tiere und freuen uns schon auf die nächste Sendung von Pluto auf Rai, Südtirol. Auf Wiedersehen! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018